Moin, herzlich willkommen zur Sonntags-Narmittags-Ausgabe und den Rest wisst ihr ja, die ganzen Eckdaten und so, die kennt ihr. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ich bin jetzt dabei, mal Abfahrer hier hoch zu den Feldern 5, 6, 7 zu bringen, dass wir da ein bisschen ernten können. Da ist ja Weizen drauf, als ob wir nicht schon genug Weizen hätten. Naja, egal. Wollen wir uns nicht drüber aufregen, nicht drüber auslassen oder sonst irgendwas. Einfach machen. So, ich fahre mal hier rum. Schöner zu fahren, finde ich. Habt ihr eigentlich eine gute Empfehlung oder eine Empfehlung für einen gut funktionierenden Klaas Xerion? Also für einen Mod, der gut aussieht, der gut funktioniert, der vernünftig gemoddet ist, der im Idealfall auch ohne Probleme arbeitet, ohne Log-Einträge und so weiter und so fort. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich hätte gerne noch einen. Ich habe zwar hier ja schon einen im Spiel, aber vielleicht gibt es ja auch noch was Cooleres. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. In einen würde ich jetzt erstmal stumpf hier stehen lassen. Und den anderen nehme ich jetzt mal mit hier rüber. Weil das vielleicht auch gar nicht so clever war, was ich jetzt hier mache. Egal. Kommt davon, wenn man sich selbst noch nicht grün ist und nicht weiß, was man vorhat. Da hinten hängt unsere Fahne am Zentrallager. Cool. Dann fangen wir mal an. Mit ihm hier. Okay. Ja, man muss auch mittig fahren. Dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn. So, aber hierfür gibt es ja schon Urse. Feld 5, Dreschen. Erster Wegpunkt. Erster Wegpunkt. Me, 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 me. Lovely. Rock'n. So. Machen wir mal eben kurz einen Abfahrkurs einfahren, was? Ja, auch dann für beide Felder funktioniert. Ja, ich bin jetzt. Vielen Dank. Roggen, roggen. So, hier rein. Vorsichtig. Hier, seht ihr? Mist. Hoffentlich funktioniert das. Langfahren. Dann hier im letzten Moment außenrum. Und wieder zurück. 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 Falscher Trailer für diesen Modus. Achso, ja klar. Logisch. Klar. Da kann ein Überladewagen. So, ja. Ja, das ist es. So, Alexion hat die Aufgabe beendet. Und tatsächlich. Das Feld ist abgeerntet. More or less. So, ja. So, ja. So, ja. Nein. Nein. Da fahre ich lang. Da ist noch Gerste. Ja, ist klar. Aber ansonsten. Aber ansonsten hat er, glaube ich. Und dann ist noch ein. Aber ansonsten hat er. Und dann ist noch ein. 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 Das Feld ist noch ein. Und dann ist noch ein. Ich hab's noch ein. tausend mal im kreis fahren wie ich schon sagte ja es ist auch eigentlich scheiße den kurs so einzufahren das ist schon richtig sag mal so schwere geburt er in mein gott wenn die anlassen können ich weiß nämlich rückwärts vorwärts ja ich guck's mir gleich an ja okay kann ich verstehen hm 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 Stimmt, ich habe ja jetzt einen Drescher mehr. Ich habe ja noch einen gekauft. Das ändert natürlich so ein bisschen was. Sprich, es macht mich vielseitiger. Wenn mir nachher noch mal so eine mega Dreschaktion auf Feld 26. Ich glaube, das mache ich auch mit Überladewagen diesmal. Weil ich kann so viel Hafer ja gar nicht verarbeiten. Geht ja gar nicht. Kriege ich ja nie hin. Nicht da rein. Wehe, du entlädst. Briege ich dich um. Nein, das nicht. So schlimm ist es nicht. So was mache ich nicht. Aber dann könntest du Ärger kriegen mit mir. Oh, die Folge ist vorbei. Das Wochenende ist vorbei. Ja. Der Monat ist vorbei. Krass, ne? Morgen ist schon 1. Oktober. Dauert nicht mehr lang. Sieben Wochen noch oder so. Dann ist LS19 da. Heftig. Echt heftig. Wir sind hier am ernten. Gucken mal, wie weit wir kommen. Ich will gleich noch mal was ausprobieren. Aber das mache ich in der Folge morgen. In diesem Sinn sage ich euch. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.